Lege oder setze dich bequem hin. Sorge dafür, dass du nicht gestört wirst. Komme zur Ruhe und schließe deine Augen. Atme nun einmal ganz tief in den Bauch ein und wieder aus und lass deinen Atem dann ganz normal fließen. Sollten Gedanken kommen, halte nicht an ihnen fest. Lass sie wie Wolken vorüber ziehen und konzentriere dich einfach nur noch auf meine Stimme. Ich liebe mich. Ich liebe mich und begegne mir so wie ich bin. Ich liebe mein Leben. Ich liebe und akzeptiere mich so wie ich bin. Ich vertraue mir. So wie ich bin, bin ich richtig. Ich trage die Verantwortung für mein Leben. Ich bin in Frieden mit mir selbst. Mein Herz möchte bedingungslos Liebe schenken und empfangen. Meine Lebensfreude steckt an. Ich liebe mich. Ich liebe mich und begegne mir so wie ich bin. Ich liebe mich. Ich liebe mich und akzeptiere mich so wie ich bin. Ich vertraue mir. So wie ich bin, bin ich richtig. Ich trage die Verantwortung für mein Leben. Ich bin in Frieden mit mir selbst. Mein Herz möchte bedingungslos Liebe schenken und empfangen. Meine Lebensfreude steckt an. Ich liebe mich. Ich liebe mich und begegne mir so wie ich bin. Ich liebe mein Leben. Ich liebe und akzeptiere mich so wie ich bin. Mein Herz möchte bedingungslos Liebe schenken und empfangen. Mein Herz möchte bedingungslos Liebe schenken und empfangen. Meine Lebensfreude steckt an. Spüre noch einen Moment. Spüre noch einen Moment diesen Worten nach. Und wenn du dann so weit bist, um in deinen Alltag zurückzukehren, dann bewege deine Händen. Dann bewege deine Hände und deine Füße. Strecke dich, wenn du magst. Und öffne dann deine Augen. Spüre noch einen Moment der Entspannung nach. Und mache diese Affirmationsübung gerne täglich, um deine Selbstliebe zu stärken. Und dann fällt dieser Sitzung so innerhalb. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Du. Ich bin... Du. Und wenn du mit tragischem Be jakichIL Spot unfamiliar ist. Aber ich bin... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020